Hallo und herzlich Willkommen zu 24 klingenden Türchen, dem digitalen Adventskalender im Kirchenkreis Gifhorn. Ich freue mich sehr, dass ihr reingeklickt habt. Mein Name ist Raphael Nicbour, ich bin der Kirchenkreiskantor hier im Kirchenkreis Gifhorn. Ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine musikalische Reise durch den Advent. Die Orgel spielt dabei eine wesentliche Rolle und dorthin nehme ich euch jetzt gerne mit. So, ich befinde mich jetzt am Spieltisch der Christian Vaterorgel hier auf der Empore der St. Nikolaikirche. Ein Ort, an dem das ganze Jahr über jede Menge Kirchenmusik stattfindet. Nicht nur mit Orgelmusik, sondern auch mit viel Chorarbeit. Chorproben und Singen sind ja in diesen Zeiten schwer möglich. Daher habe ich mich gefragt, wie kann denn trotzdem Singen stattfinden und wie können wir ins gemeinsame Singen kommen? Da kam ich auf die Idee des digitalen Adventskalenders. Lassen Sie sich überraschen. Es erwarten Sie 24 klingende Türchen. Hinter jedem Türchen verbergen sich ein Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte und ein bekanntes Advents- oder Weihnachtslied zum Mitsingen. In ganz unterschiedlichem musikalischen Gewand. Seien Sie sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Türchen öffnen und eine gesegnete Adventszeit. Herzliche Grüße, Ihr Raphael Niebuhr.